Willkommen zur vierten Folge. Hier. Wir sind hier gerade Katzen, tatsächlich. Immer noch. Ich würd sagen, ja immer noch. Ich würd sagen, komm, mach mal du, mach mal du jetzt, jetzt bist du ne Babykatze. Jetzt mach mal, ähm... Was machen? Äh, Eimer. Mach mal nen Eimer. Ja, gib mir nen Ofen. Ja, warte. Wo ist er? Hier ist ein Ofen. Okay, ich hab ein... Äh, ich place ihn mal hier hin. Ein paar Kohle rein. Ah ne, warte, ich hab ja nen Holzpack. Ja, mach das. Der reicht bestimmt da auch. Nein. Runtergefallen. Oh mein Gott. Das wär jetzt schlimm, wärst du keine Katze. Ja, stimmt. Ne, so hoch war das jetzt auch nicht. Muss man sagen. Es waren genau drei Eisen, also perfekt. Ja, ja, perfekt für... Ja, kannst du den dann craften? Oder... Äh... Hast du deine Crafting Bench genommen? Ja, hab ich, hab ich. Okay. Ich fahr mal ein bisschen Kohle. Ja. Ich place mal, ich place mal die Werkbank. Wow. Ja, okay, ich werd sterben. Ja, Samad lebt noch. Ja, hab auch ne Cape gefunden. Wir, wir besiegen gleich den Lender Dragon, Samad. Ja, Samad. Ich habe neue Mops gefunden, Baba. Ja, okay. 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 Oh, es wird schon... Oh, es wird schon... Oh, es wird schon Nacht. Lass ich nochmal schicken. Es wird schon Nacht. Oh Gott, guck mal, wie gut die... Die Katze frisst. Wo, wo, wo bist du? Ich muss ja fressen sagen, weil die halt frisst. Guck mal, guck mal, hör zu, hörst du. Ich hab keine Sounds. Sounds sind doch nicht auf Airplay. Oh nein. Ich glaub, kann man das in der Aufnahme hören? Äh, ne. Ich kann's aber an... Warte, wieso hab ich eigentlich keine Sounds in der Aufnahme? Warte kurz. Komm, lass uns schlafen. So. Warum hast du den Ofen nicht mitgenommen? Keine Ahnung, frag mich nicht. Nimm du den doch mit oder so. Weil ich hab keinen Platz mehr. Hab ich. Bin größer geworden. Ich hab Minecraft-Sounds aus. So, ich hab Minecraft-Sounds jetzt an. Okay, let's go! Warte, wir müssen schlafen. Nee, aber ich... man hört nix, glaub ich, in der Aufnahme. Keine Ahnung. Egal, geh schlafen. Ja, mach ich. Warte, wie sieht's aus, wenn deine Katze am Schlafen ist? Ja, nicht so krass. Warte, ich guck mal bei dir. Oh, das sieht ja voll cute aus! Ja, aber nicht so krass, finde ich. Das ist ja die normale Katzen-Animation, wenn sie am Schlafen ist. Weil Katzen können ja auch schlafen, falls das nicht über sie lässt. Ja. Wenn du mit dem Player eine Katze gezähmt hast... Oh, sieh'n Creeper! Ich will dich verjaden! Keiner mag dich. Geh weg, Creeper! Geh weg! Ha! Oh, ein schwarzes Schaf. Ich muss Schafe killen für Fleisch. Ein schwarzes Schaf. Ein schwarzes Schaf. Ich bin eine schwarze Katze. Es passt einfach zu mir, aber ich hab sie schon umgebracht so zu Hause. Oh, ich will ein Lama werden! Ja, ich bin Lama! Weißes Lama. Kann ich auch spucken? Warte, da ist etwas oben, oder? Ist da etwas oben? Komm mal nach oben! Oder warte, lass... Nee, nee, lass... Lass zum Nerder-Portal. Ich kann da nicht spucken. Ich geh jetzt zum Nerder-Portal. Weißes Lama ist blöd. Hä? Wo bist du? Äh, ich geh grad... Ich geh grad... Ich geh grad nach hinten wieder zurück zum Portal. Zum Dorf. Ach so. Okay, wo war das Portal? Wo war das Portal? Irgendwo da hinten. Oder? Ich bin bei dir. Ja, hier. Okay. Let's go. Da hinten. Was ist hier? Eine Hürde, in der wir am besten nicht reingeben. Ja. Okay. Wo wir es können. Okay, Rimi hat geschrieben... Oh, Emeralds! Oh, Emeralds! Emeralds! Ich hab ne Iron-Package. Okay. So lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich hab gerade noch Emeralds gefunden. Ja, ja, aber ich hab so lange nicht mehr so als Erz. Ich geh schon mal zum Dorf. Drei Emeralds hab ich. Geil. Ja. Wo war das Portal jetzt? Ist da hinten. Ich seh's. Ganz hinten hinterm Dorf. Wir müssen nehmen wir nur geradeaus. Ja. Okay, okay. Okay, warte, ich esse jetzt. Eine Rimi ist beigetreten. Oh nein. Warum oh nein? Ist doch egal. Die hat doch gerade gesagt, die will nicht mitspielen. Tja. Die hat doch gefeiert werden, was das Nein, die ist... Was ist dir einfach? Okay, okay, okay. Ja. Oh mein Gott. Ist da einfach nicht? Jetzt? Das ist so lustig, Mann. Ja. Einfach kurz Eisengohlen werden. Zu wild. Ja, dann komm mit. Ja. Was macht die? Nein, mein Kopf ist immer noch verpackt. Ey, nein, du bist ein Zombie. Ah, ich brenne. Schnell Wasser. Wie mache ich das weg? Oh nein, warte, wo ist meine Katze? Meine Katze? Ah, hier. Hast du hier? Hier ist die, hier. Hier ist noch eins. Hier ist irgendwas. Liegt eine. Okay, ich hab die Katze. Ja, ja, let's go, let's go. Warte, hab ich hier? Ja, hier ist gelootet. Wohin? Ich folge dir. Wo war das Portal? Das war da hinten. Ah ja, da hinten. Okay, warte, dann habe ich jetzt ein Wasser. Wir brauchen Lava. Ich, ich, ich tp-rehe wieder zu uns. Ich brauche Laman. Ich brauche Laman. Warte, wir müssen Reben geben. Was? Warte, nein. Ich, ich. Was machst du? Nein, sie geht zum Portal. Oh. Der kickst sie, Junge. Oha. Es gibt so viele Morphs. Ja. Ey, guck. Okay, jetzt go, bist du Schwein, ja, ne? Ja, ja, bin ich, ich bin Schwein. Hast du dir Soulcatcher gegeben? Nee, nee, ich gibt's nicht. Oh, scheiße, scheiße. Wie macht man das nochmal? Ich weiß es selbst nicht. Ich glaube, irgendwie, oh nein, wir haben nur eine Lava, wir bräuchten mehr Lava, mehr Lava. So spawnen. Hier ist Goldblock. Cool. Goldblock. Aber Gold ist nicht so nah, ist, finde ich. What's up? Oh, Magma-Block, cool. Ja, es hat geklappt, okay. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar andere Stücke Lava. Nein, da ist noch Lava, hier ist noch Lava. Nein, hier war grad Lava, hä? Das ist weg. Oh nein. Wir brauchen noch sehr viel Lava. Okay, wir müssen irgendwo Lava finden. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Remi ein Soulcatcher geben, sonst macht es keinen Spaß. Okay. Die soll doch aufhören, mich zu killen. Ich habe ihm einen Soulcatcher gegeben. Ah nein, sie ist geliebt. Gut. Äh, zu, Panda. So, hier, ich bin jetzt bei dir. Okay, komm, let's go. Okay, wir müssen aber Lava finden. Oder halt einen Diamond Pickaxe, weil hier ist auch genug Obsidian, glaube ich. Ja, ist. Okay. Ja, komm, dann lass meinen, oder? Ja, lass meinen. Minion. Meinen als Schwein. Oder komm, ich geh jetzt in der Katze wieder. Katze ist viel besser. Okay, ich folg dir mal. Dieser Moment, als ich zum Eisengroden gewonnen bin, war Remi. Ja, ja, direkt weggerannt. Oh, das war so lecker. Okay. Das hat sich so gut gelohnt. Kohle. Nein, hier ist nix. Soll wir uns zu Y11 runtergraben? Ja, warte, ich gehe hier. Hier ist eine größere Höhle. Hier leuchtet es. Nee. Nee, nee, nee. Wir können aber runter. Da leuchtet es auch. Ja, ja, ja. Noch mal die Sting. Dann lass mal nach unten bauen. Dann lass mal. Komm, komm, komm mit. Wo bist du? Wo bist du? Teleportiere mich jetzt zu dir. Ich bin neben dir. Achso. Ich komm mit. Ey. Aua, warte mal. Ich muss essen was. Ja, dumme Katze. Ja, grab du runter. Okay, ich glaube einfach irgendwie runter. Ich kann eh ohne falsche Höhle halt also. Jaja. Okay, warte. Wir machen Koordinaten kurz an. So. Ich sehe gefühlt gar nichts. Aber ich bin schon bei Höhe 34. Das heißt, bei so 0 ist ja ungefähr diese größere Höhle. Kannst du mir kurz eine Spitzheckhörer so runterwerfen? Oh, ich habe eine Höhle. Nee, nee, nee. Nee, ich habe eine Höhle. Komm. Oh, aua. Daumen ist sogar Tageslicht. Wo bist du? Hier. Ich bin hinter dir. Ah ja, komm, komm. Komm mit, die hier ist irgendwo Lava. Ja. Oh. Ja. Nein. Oh, Gold. Ich bin komplett runtergefallen. Ich bin komplett unten. Hier ist Redstone. Oh, Licht, Junge, Licht. Endlich Licht. Und ich würde sagen, 10 Minuten erreicht das Hals. Wir sehen uns in der nächsten Folge.